Das ist Tim. Seit drei Jahren führt er ein Team von acht Mitarbeitenden. Eine Führungsposition war Tims größtes Ziel. Voller Elan ist er in seiner neuen Rolle gestartet und konnte sich rasch als wertvolle Führungskraft auszeichnen. Aber seit einer großen Reorganisation haben Widerstände in seinem Team stark zugenommen. Zwei Mitarbeitende haben bereits gekündigt. Tim musste der Geschäftsleitung erklären, warum in seiner Abteilung die Fehlerquote gestiegen und die Kundenzufriedenheit gesunken ist.